Moin Autopflegefreunde! Heute wollen wir mal ein etwas lockereres Video machen. Dafür haben ich und Marie uns jeweils drei Autoshampoos rausgesucht, die wir diesen Sommer für die Fahrzeugwäsche nutzen möchten. Leht euch zurück, schnappt euch einen Cocktail und genießt das Video. Nach dem Intro geht's los. Die Shampoos, die wir euch heute vorstellen möchten, haben wir nach rein subjektiven Kriterien ausgesucht. Für uns war das wichtigste Auswahlkriterium, dass die Shampoos einen angenehmen sommerlichen Geruch versprühen, leicht in der Anwendung sind und einfach den Spaß am Thema Autopflege vermitteln. Alle Shampoos sind in der Videobeschreibung unten verlinkt. Dann lege ich mal mit meinem ersten Produkt los. Es ist das Chemical Guys Watermelon Snow Foam Auto Wash. Wie der Name schon sagt, könnt ihr das Produkt als Autoshampoo und Snow Foam verwenden. Das Shampoo ist pH-neutral und enthält keine Glanzverstärker. Es sollte also problemlos mit allen bestehenden Versiegelungen auf eurem Fahrzeug harmonieren. Wie der Name schon sagt, riecht das Shampoo sehr angenehm und intensiv nach Wassermelone. Das ist ein Geruch, der für mich einfach wie kaum ein anderer für den Sommer steht. Durch die zwei Anwendungsmöglichkeiten als Shampoo und Snow Foam ist das Produkt flexibel einsetzbar. Wer den Geruch mag, kann das Shampoo ruhig mal ausprobieren. So, und mein erstes Produkt ist von Herrenfahrt, das Supreme Auto Bath. Denn ich finde genau wie morgens, dass zum Sommer einfach fruchtige Shampoos dazugehören. Und da hat Herrenfahrt mit diesem Shampoo alles richtig gemacht. Das riecht nämlich wirklich extrem nach Kiwi und zwar sehr intensiv nach einer süßen Kiwi mit etwas Säure. Das Produkt ist pH-neutral und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es auf allen Versiegelungen sicher anwendbar ist. Der einzige Negativpunkt ist der wirklich teure Preis. Aber wer sich mal etwas gönnen möchte und ein richtig schönes Shampoo mit tollen Eigenschaften und einer edlen Verpackung ausprobieren möchte, kann durchaus zuschlagen. Damit kommen wir zu meinem zweiten Shampoo und zwar ist das das One Wax Just Clean. Und man sieht es direkt, die Flasche kommt mit einem Pumpkopf und das hat definitiv auch einen Grund. Das Shampoo ist nämlich hoch konzentriert. Ein paar Pumpstöße reichen für einen Wascheimer schon aus. Sobald ihr das Produkt im Eimer verteilt, steigt sofort der sehr, sehr schön angenehme Kokosduft in eure Nase. Das Just Clean hat sich in unserem Test durch ein sehr gutes Gleitverhalten ausgezeichnet. Außerdem ist es pH-neutral und hat keine Glanzverstärker. Eure Versiegelungen sollten also nicht angegriffen werden. Und mein zweites Shampoo kommt von Ordofinesse und heißt Leather. Eigentlich mag man ja im Sommer eher leichte Sachen. Eine kalte Limo, ein knackiger Salat. Aber wenn man dann doch mal Lust auf etwas Deftiges bekommt, dann gibt es dazu einen eiskalten Milchshake. Und genau da kommt das Leather & Schoko Shake Edition ins Spiel. Denn das pH-neutrale Shampoo riecht sehr intensiv nach Schokolade mit einem Touch cremiger Milchnote. Also genau der Geschmack, den auch ein schöner Schokomilchshake hat. Wer also keine Lust auf die leichten, fruchtigen Gerüche hat, der kann hier euch zuschlagen. Leider ist das Produkt in Deutschland nur schwer zu bekommen. Vielleicht habt ihr ja Glück und findet einen Shop, der das Produkt im Sortiment hat. Mein letztes Shampoo ist ein Zuschauertipp von dem lieben Daniel, über den ich wirklich sehr, sehr glücklich bin. Es ist das ODK Sublime Shampoo. Der Name ist hier Programm, ein cleveres Wortspiel aus Sublime. Das übersetzt so viel wie Nobel, Edel, großartig bedeutet und im englischen Wort für Limette, nämlich Lime. Und genau danach riecht es auch. Bei der Nutzung kommt ein sehr intensiver, frischer Citrusduft auf. So intensiv und lecker habe ich einen Geruch selten wahrgenommen. Schade, dass es keinen Geruchsvideos gibt. Denn dieses Shampoo ist der absolute Hammer, wie ich finde. Zwei Negativpunkte gibt es allerdings. Die englische Marke ODK bekommt man nur sehr schwer in Deutschland. Und der Versand aus UK lohnt sich dank Zoll meist nicht besonders. Der zweite Punkt ist, dass das Shampoo tatsächlich Glanzverstärker hat. Mich persönlich stört das nicht, aber für manche von euch könnte das ein Problem sein. Und mein letztes Produkt passt perfekt zu dem Shampoo von Morris. Denn auch ich mag sehr gern den Citrusduft. Für mich hat allerdings das Chemical Guys Citrus Wash & Gloss den deutlich angenehmeren Geruch. Denn das Shampoo hat einen etwas subtileren Zitronenduft und riecht eher nach Zitronenkuchen als der wirklichen Citrusfrucht. Auch dieses Shampoo enthält leider Glanzverstärker, aber wie Morris schon gesagt hat, ich glaube, die meisten von euch sollte das nicht stören. So, das waren sie, unsere sechs Shampoos für den Sommer. Jetzt wollen wir natürlich auch eure Favoriten Shampoos in den Kommentaren lesen. Haltet euch nicht zurück, wir lesen jeden Kommentar durch. Falls euch das Video gefallen hat und ihr zukünftig mehr davon sehen wollt, dann vergesst nicht, eine positive Bewertung dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Hier gibt es jetzt noch ein weiteres Video von uns, schaut da gern noch rein. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und gesund. Euer Morris und Marie von Auto Lifestyle. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.